Kaktus gießen? So oft brauchen Kakteen Wasser. Kakteen gehören zu den Sukkulenten und können daher Wasser in ihren Pflanzenteilen speichern. Insgesamt brauchen sie daher wenig Pflege. Keinesfalls sollte man sie zu oft und zu viel gießen. Denn auch in ihrer natürlichen Umgebung sind sie seltenen, wenn auch heftigen Regenfällen ausgesetzt. Ihre Hauptwachstumszeit ist von März bis Oktober. Dann sollte man sie einmal im Monat gründlich gießen, wenn der Boden trocken ist. Dabei sollte Staunässe vermieden werden. Statt zu gießen kann man den Kaktus auch komplett in zimmerwarmes Wasser eintauchen, bis das Substrat gesättigt ist. Anschließend lässt man das Wasser abtropfen. Bis zum nächsten Gießen bzw. Eintauchen wartet man dann so lange, bis der Boden wieder komplett trocken ist. Während sich die Kakteen auf die Winterruhe vorbereiten, benötigen sie weniger Wasser und im Winter fast keins, es sei denn, sie stehen über einer Heizung.